Ihr habt euch ein Galaxy S23 oder Galaxy S23 Plus gekauft und wisst noch nicht ganz genau, was ihr mit Samsungs neuen günstigen Flaggschifftelefonen machen könnt. Ich habe die Geräte bereits für einige Zeit genutzt und das sind meine Top 10 Tipps und Tricks fürs Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus. Viel Spaß! Tipp Nummer 1 hängt damit zusammen, dass wenn ihr die Geräte so, wie ich es jetzt gemacht habe, eingerichtet habt, die Gestensteuerung nicht aktiviert ist. Denn die Gestensteuerung ist, zumindest für mich, ein deutlich angenehmerer Weg, die Galaxy S23 Serie zu bedienen. Um die zu aktivieren, müsst ihr einmal in die Einstellungen gehen, dort geht ihr dann einmal auf die Anzeige und dort scrollt ihr runter, bis ihr den Punkt Navigationsleiste findet. Hier könnt ihr dann die Streichgesten aktivieren und zack, habt ihr das gesamte Display frei und könnt das Galaxy S23 mit der Gestensteuerung bewegen. Tipp Nummer 2 hängt mit dem Hintergrundbild zusammen, denn Samsung nutzt auch Googles Algorithmus für das Anpassen des Systems auf das Hintergrundbild. Dazu müsst ihr einmal auf eurem Homescreen gedrückt halten und hier unten Hintergrundbild und Stil aktivieren. Dort können wir zumal das Hintergrundbild ändern, zum Beispiel auf das hier. Und jetzt haben wir einmal dann, okay, haben wir dann auch hier die Option, eine Farbpalette drauf anzuwenden. Sprich, wir drücken hier einmal auf Farbpalette und aktivieren das Ganze. Jetzt sehen wir, Samsung hat basierend auf dem Google Algorithmus Hintergrundfarbpaletten auf das Hintergrundbild angepasst und die können wir jetzt aktivieren, da gibt es einige von, sagen wir jetzt mal das hier, das ist ein bisschen grüner, zack, ist auch alles grüner und wir können das sogar auch auf App-Symbole anwenden. Drücken wir einmal auf Anwenden, das dauert dann eine Sekunde und jetzt ist unser System auf das Hintergrundbild angepasst. Wir sehen schon, viele der Apps sind bereits auch darauf angepasst. Wir haben jetzt hier die grünen Farben, aber manche Apps, wie zum Beispiel jetzt einige Microsoft-Apps oder Netflix, sind auf diesen Algorithmus noch nicht angepasst, aber viele der System-Apps sind es bereits. Tipp Nummer 3 hat mit dem Sperrbildschirm zu tun, denn den können wir ebenfalls anpassen. Dazu gehen wir auch wieder in die Einstellungen, scrollen dort runter, bis wir den Sperrbildschirm finden und hier können wir auch den Sperrbildschirm dann auf unsere Belieben anpassen. Drücken wir einmal drauf und dann sagen wir zum Beispiel, möchten wir eine andere Uhr haben, wie zum Beispiel diese Uhr, die möchten wir aber in blau haben, drücken dann auf OK. Wir können aber auch zum Beispiel Kontaktinformationen hinterlegen, wenn wir das Smartphone verlieren oder wir einen Notfall haben, dass dann eine Person erreicht werden kann. Wir können aber auch unten die schnellen App-Einstellungen anpassen. Statt der Kamera möchten wir zum Beispiel den Google Chrome Browser haben. Also das können wir alles so anpassen, wie wir es wollen. Wir können hier die App-Benachrichtigungen anpassen, dass da auch mehr Details zu sehen sind. Also hier hat Samsung euch einige Einstellungen gegeben, um den Sperrbildschirm anzupassen. Tipp Nummer 4 hat mit dem Always-On-Display zu tun, denn das müssen wir erst einmal aktivieren. Das geht ja mit dem Samsung OLED-Bildschirm auch relativ energiesparend. Also gehen wir wieder auf den Sperrbildschirm und hier auf das Always-On-Display. Das ist jetzt in meinem Fall schon aktiviert. Da muss man schauen, ob das bei euch aktiviert ist oder nicht. Und hier können wir das zum Beispiel anstellen, dass es immer angezeigt wird. Das verbraucht auch natürlich mehr Strom, aber sorgt dann dafür, dass wir auch immer, wenn das Smartphone einfach nur auf dem Tisch liegt, einige Informationen angezeigt bekommen. Wir können hier auch den Uhrenstil anpassen. Aufpassen, je mehr Farbe dort zu sehen ist, desto stromfressender wird das Ganze. Deswegen würde ich euch raten, das Ganze erstmal schwarz-weiß zu lassen. Wir könnten aber auch ein GIF, ein Foto, ein AR-Emoji hinterlegen, je nachdem, was ihr wollt. Wir können auch Musikinformationen anzeigen lassen oder sagen, wie ist das Ganze ausgerichtet, Hochformat oder Querformat. Und wie ihr seht, jetzt habe ich ein Always-On-Display, was immer aktiviert ist, verbraucht aber natürlich auch mal Strom. Das Galaxy S23 und S23 Plus sind zwar die kleineren Geräte der Galaxy S23 Serie, aber auch jetzt ist es schon schwierig, wenn ich das Gerät mit einer Hand bedienen möchte, irgendwie in die Ecke des Gerätes zu kommen. Samsung bietet euch dafür einen Einhandmodus an, den müssen wir aber zuerst einmal aktivieren. Also auch da in die Einstellungen gehen, jetzt suchen wir einmal bei den erweiterten Funktionen den Einhandmodus oder Samsung nennt ihn einhändiger Modus. Der wird jetzt mit der Gestensteuerung über eine Geste aktiviert. Um den zu aktivieren, müssen wir dann einmal eine Geste ausführen. So und dann aktiviert sich der Einhandmodus. Das Fenster kann man dann auch verschieben, aber dadurch ist es dann je nachdem, wo der Daumen dann ist. Aber dadurch ist es deutlich einfacher, auch in die Ecken des Gerätes zu kommen. Wenn wir aber sagen, wir wollen den wieder deaktivieren, tippen wir einmal nur auf die freie Fläche und zack ist der Einhandmodus deaktiviert. Tipp Nummer 6 hängt mit dem Knopf an der Seite zusammen. Wenn wir den aktuell gedrückt halten, aktiviert sich der Bixby-Assistent. Das ist bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt ein beliebter Assistent und wir können die Taste aber auch neu legen. Samsung bietet das Ganze mittlerweile an. Wir gehen in die Einstellungen, auf erweiterte Funktionen und dann auf die Funktionstaste. Das ist die Taste hier an der Seite. Und dort können wir zum Beispiel sagen, wir wollen das Ausschalten-Menü dann wieder haben. Halten das Ganze gedrückt und zack können wir Notruf, Neustart oder Ausschalten. Hier unten gibt es dann wieder die Einstellung, falls wir das wieder zurück aktivieren wollen. Tipp Nummer 7 hängt damit zusammen, dass das Galaxy S23 wie viele Smartphones dort draußen ratlos geladen werden kann. Das Ganze funktioniert aber auch so, dass wenn wir andere Geräte laden wollen, das auch möglich ist. Dazu müssen wir einmal die Funktion aktivieren, indem wir hier in unseren Schnelleinstellungen einmal auf das Plus drücken und hier oben suchen. Wo haben wir es? Hier Wireless Power Share heißt das Ganze. Da drücken wir einmal auf OK und haben jetzt hier die Funktion. Wir können andere Smartphones laden, wir können unsere Galaxy Watch laden oder auch unsere Galaxy Kopfhörer. Dazu drücken wir dann einmal auf die Funktion, legen das Telefon auf einen Tisch, am besten auf eine Oberfläche und legen dann das andere Telefon auf das Galaxy Smartphone drauf. Da muss man einmal schauen, wo befindet sich das drahtlose Laden auf dem Galaxy S23. So, jetzt funktioniert das Ganze und unser Galaxy S23 lädt auf dem Galaxy S23 Plus auf. Das funktioniert mit anderen iPhones ab dem iPhone 8 oder auch mit anderen Flagship-Smartphones wie zum Beispiel von Oppo, Vivo oder OnePlus. Tipp Nummer 8 sind die Modi und Routinen, die ab One UI 5 auch auf allen Galaxy Smartphones ausgerollt sind, aber vor allem auch für die Galaxy S23 Serie. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und hier finden wir dann Modi und Routinen. Die können wir aktivieren, je nachdem, ob wir die zeitlich aktivieren wollen oder mit GPS aktivieren wollen. Sprich, wir gehen zum Beispiel auf die Arbeit und können hier einstellen, was soll passieren, wenn wir uns am Ort oder in einem Zeitraum befinden. In dem Fall können wir zum Beispiel sagen, in einem Zeitraum, sprich jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag zwischen 8 bis 9 to 5, also zwischen 9 und 17 Uhr, möchten wir zum Beispiel, dass unser Galaxy Smartphone sich in den Bitte-nicht-stören-Modus einschaltet oder zum Beispiel das Display reguliert. Das können wir dann anpassen, je nach Ort und je nach Funktion. Wir können das zum Beispiel auch in einen Auto-Modus, in einen Schlaf-Modus setzen. Das Ganze ist also sehr individualisierbar und auch auf der Galaxy S23 Serie dann verfügbar. Tipp Nummer 9 könnte gerade für alle Galaxy S23 Plus Nutzer sehr interessant sein, denn mit dem Plus haben wir ja nochmal ein etwas größeres Display und das können wir auch nutzen. Die meisten Apps befinden sich ja unten, deswegen können wir uns oben Informationen anzeigen lassen und das funktioniert über Widgets. Dazu gehalten wird das einmal gedrückt, drücken einmal auf Widgets und dann haben wir zum Beispiel hier die smarten Vorschläge, sprich basierend auf unseren Nutzungsdaten. Huch, schlägt uns Samsung dann einmal Apps vor, die wir starten können. Wir haben aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, halten wir noch einmal gedrückt, da gibt es zum Beispiel von Samsung und Google hier eine Galerie, die wir hier auch reinpacken können. Da können wir uns dann Fotos und Videos anzeigen lassen. Da können wir ein Album oder Bilder auswählen, die wir da sehen wollen. Also all das, was in unserer Galerie verfügbar ist. Also Samsung und Google haben hier einiges an schönen Widgets, die können wir uns hier oben am besten im Display anzeigen lassen und das ist ein sehr interessantes Feature. Tipp Nummer 10 hängt damit zusammen, dass wir beim Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus keinen S-Pen haben, womit wir zum Beispiel Fotos fernauslösen könnten. Aber Samsung hat da schon seit einigen Jahren eine schöne Funktion und die sollte auch standardmäßig aktiviert sein. Dazu gehen wir einmal aufs Plus und haben dann hier bei Auslöser das Zeigen der Handfläche und das finde ich eigentlich ziemlich gut gelöst. Wir gehen dann einmal also in die Kamera-App, wollen ein Selfie machen und da können wir jetzt die Hand vor die Kamera halten und haben ein Selfie gemacht. Das war's mit meinen Top 10 Tipps und Tricks zum Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zur Galaxy S23 Serie zu verpassen, wie zum Beispiel einen Testbericht zum Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Untertitelung. BR 2018